Heute gibt es eigentlich kein Unternehmen mehr, für das die digitale Transformation nicht von entscheidender Bedeutung wäre. Auch die Köln Messe wird sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Wichtig im digitalen Business ist das analoge Geschäft sinnvoll. Mit den digitalen Features zu verknüpfen. Deshalb arbeiten wir an Konzepten, wie in der Zukunft eine optimale Unterstützung des Kerngeschäfts durch die digitale Technik erfolgen kann. Aussteller, Fachbesucher und öffentliches Publikum treffen bei der IMM wie bei kaum einer anderen Messe aufeinander. Hier wird in der Zukunft mit digitaler Unterstützung eine wesentlich effizientere Kommunikation möglich sein.